Ja, ich akzeptiere den ganzen Scheiße, jetzt los, beeil dich. Die Maschine wird nächste Woche geliefert. Alles in Ordnung, vorher bist du Null. Ich brauche einen Trockner, vor allem jetzt, wo die kalte Zeit kommt. Ach, der Trockner. Halte Zeit, dann geht man nur mit einem Bordschutz, wo es dann arbeitet. Alter, weißt du, wie ewig das dauert, wenn ich auf dem Dachboden hier bei der Kälte meine Wäsche trocknen will? Ich glaube, die schimmelt da oben weg. Die nutzen Föhn. Jo, dann nehme ich lieber einen Trockner, ist günstiger. Hm, wer ist gelb von euch? Ich. Warte nicht. Na, tut mir jetzt leid, Domi. Warte, was ist das? Warte? Warum, ey? Wie stehst du da so günstig? Ich steh auf der linken Seite genauso günstig. Ja, aber... Auf der rechten Seite war ich halt dran. Oh shit, ich will doch mal mein E-Mail-Grasse. Keine Ahnung. War das die E-Mail-Grasse oder die andere? Lass meine Elfen in Ruhe. Oder war das doch die andere? Vertrau nie Elfen, bitte. Bist du das wieder, oder was? Ey. Warum vertraue nie? Er war elf, ich bin halb elf. Das machst du doch mal, ne? Keine Ahnung, ich sehe hin dafür, dass du dich ausweichst. Oh, schön. Oh, schön! Nein! Oh! Oh, schade, dass die nicht noch mal runtergefallen. So schwer, schön, ja. Da bist du nur 7,3 Gigabyte groß. Ich hab das Gefühl, ich muss Domi, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, schlagen. Pfff. Ich hab ehrlich gesagt die unteren Sachen. Eingang. Wow. Aggressiv. Ach, dir gefällt das so. Ich zeig's nicht, wenn es dir gefällt, dass es auch anderen Menschen gefällt mir dabei. Warum? Da stehen zwei, das ist günstig. Nee. So. Willig, willig. Ich dachte, wir verstehen uns. Ich hab nur erklärt, warum. Da. Haben wir es nicht gleich so gemacht? Weil jetzt was mir runtergefallen bin. Deswegen. Ach du war, ach so, du! Ah, du warst und leuchtet, du moinig schon. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. nö, 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 nö. warte ich war noch nett ey und ihr haut gleich die mitte dazwischen guck mal ja das meinte ich ja Linus ist da auch ja da ist es auch noch einfach mal zwei easy weggekickt muss man gönnen ne? ja klar kann man das hab ich doch schon von Anfang an willst du mich verarschen? ich hätte dich schon 5 mal abschießen können weil ich wusste du du warst es mhm weil der jetzt nicht ein instant kill als Indo 10 bis 20 minuten ungefähr ja ist ok oh nein nein manchmal geht der Sting auf 0 dann wieder hoch stop doing that shit war klar ja ich hab leider oh ich hätte Monex doch da stand 3 von mir ja guck dir mal die Balken an alter ja ok wir gehen jetzt auf Monex gehen wir einmal auf mich und danach gehen wir auf Monex und gehen direkt auf Monex viele die Freundschaften zerstören Worms ja das ist wie Mario Kart Mario Kart und Ghosts oh ne ah das ist genau also sie wollten dich auch noch mitnehmen da hast du gesehen? ja aber ja gut das kann ich verstehen das musste sie ja irgendwie ne ja ich hab zwei Mömer verloren wegen nix wegen der Map ja links und rechts alter das kann doch nicht sein boah da muss ja irgendwie so ein Atompilz drauf ey hey kein Problem Monex muss dich nur einmal bitten da kommt der trau mir ach Monex guck dir das mal an was ich mach hast du schon Junkwit gesehen? ja ja oooohh oooohh schade ja wir haben ja nur für dein Leben ach ach schöne Kettere ach ne schade das wär so schön gewesen Mimmi darf ich dir helfen? dann blauen da rüberschieben zu den anderen roten und dann hw schade nein Liz nonenonenonenonenonenonenonenonenonenonenononen coment ja ja leider kann man nicht der Winkel war scheiße ja man kann das halt nicht man muss hättest du hättest du n bisschen nb bisschen weniger Gras gegeben ja aber ich hatte Angst dass ich meinen dann irgendwie treffe ich habe mir auch mitgetroffen ich hätte mich getroffen ja ja der hat also verloren ja okay der wird der wird sterben da jetzt okay mit den wormen kann er nicht vier anrichten oder doch der ist aber nicht dran bei der ersten wir müssen unsere würmer so ein bisschen bisschen verschieben ich habe da so ideen banane bitte prall an der bau an der dinken abbrachschale nein ich schmeck mich dann so nur noch 15 minuten ja oh nein ja ja ok einen von mir habe ich selber weg gemacht ok jetzt sehen die balken nicht mehr so toll aus jetzt kacken die jetzt jetzt werft ihr ne banane runter oder doch nicht mich man moinix das war aber das war da wirklich nicht safe Monix oder? wie siehst du das? Gott sei Dank Scheiss Was hexten? Ich wollte ihnen die Cule von Monix werfen Hab ja das schon gedacht Guck dir das an Guck dir das an Ich versteh nicht warum du mal auf mich gehst ne? Hab ich gar nicht vor Ja ja jetzt nehmen wir mal schnell umgelegen Mach ich auch nicht Mach ich auch nicht Die läuft PADAMM! PADAMM! Nein! PADAMM! Ich dachte das Strahl wäre länger aber Das sind viele Ja Aber wenn krümelst du den Tag der offenen Tür Ja gut Ja gut Jetzt fick den auseinander Nein! Ja Ja Das ist gut Wie kann man nur so dreckig sein? Ah das ist schön Nur schade dass der eine nicht mit runter ist Ja Kriegen wir auch noch hin Ich bin noch nicht fertig Warte Der Biste zu kommt noch Dann bin ich ja mal gespannt Ja die kommt nicht hoch Jawohl die kommt nicht hoch Nein! Jawohl! Komm nicht hoch Ich bin hier hoch Okay mal ein Fortschrei Oh nein! Nur Pocke hier hey Must be the new cop Oder was hat er gesagt? The new car New car cola Oh nix Fick dich einfach jetzt Ist das nur eine Raketenhilfe? Oder was das ist? Ich guck doch grad Warte ich so nimm Wieso? Ah ich konnte mich nicht entscheiden Genau die Blackie Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Piller eh Und der Piller Und der Piller Und der Piller Ja Ja Habe ich jetzt auch gemerkt Ach man Ich hab natürlich mit Ach ich warte Wow. Wow. Oh nein, bin ich da gut. So. Okay. Mir hat zwei Würmer. Oder wir sagen mal, sie hat immer zwei Würmer. Ich hab direkt die Holy gezückt, ey. Ne, ne, das war von letzter Runde. Wow. Guck dir das mal an, ey. Was willst du denn überhaupt? Schade. Ich dachte, ich kreist wieder um dich rumgegessen kann. Tja, selber schuld, ne? Wenn du mich wartet, Kirsten anstellt nur nix. Das wird sie verarscht. Nein. Springen! Falschrichtung. Rückwärtspringen, oder? Ja, so. Ja. Der ist gut, Artist. Nimm dir noch die Löffel. Oder nimmst du sie halt nicht. Ist mir auch egal. Oh oh. Ich hatte gehofft, das ist zu viel Zeit. Ne, ne, ne. Das tut weh. Wir sind so tot. Okay. Looool! Mmm, delicious! Ich würde sagen, sie hat vier HP mehr. Ja, wir müssen auch suchen. Siehst du das? Oh! 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 Ja, du bist wohl ja gefeinert. Ja. Nein? Wow. Wie ist es denn nicht gesprungen? Nein, das willst du nicht tun. Nee, nee, das wollte ich auch nicht. Willst du nicht tun? Nein, das willst du auch nicht tun. Ja, da oben, da blau. Ohne 18. Yeah, eine Drehung. Nein! Du bist doch schon raus. Guck mal, hab's sogar das Item noch gekriegt, was da drin war. Und von da aus gab's doch besser da oben hin zu zielen. Ja, der gewinnt schon. Naja, der spielt mich jetzt erstmal. Ahhhh. Ja, und in die Kuhle, in die Kuhle, in die Kuhle. LOL. Nicht in die Kuhle. Toll. 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 Haben wir einen besseren. Okay. Ich dachte so, die fährt jetzt da runter. Hatte ich auch gedacht. Ja, ja. Aber mehr mittig. So, Monif. Da musst du gegen... ...gegenmachen. Äh, da kommen wir nicht ran. Ja, das ist mir egal. Du hast noch einen Scharf. Ich hätte links deinen 140er weg. Ich weiß. Ich hab mich gewundert, dass du's nicht gemacht hast. Ja. Ja. Ich hab... ...eine Mission. Haha. Ach, soll ich da rankommen? Keine Ahnung. Das ist doch bestimmt auch drauf, der Baumeister. Ohhhh. Probieren wir es mal, ob er durchkommt, ne? Gucken wir mal, ob er durchkommt. Hahaha. Hahaha. Hallooo. Hahaha. 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 Aber wenn die jetzt bei dir gelandet wären, wäre wir auch schenk gewesen. Hahaha. Nee, nee. Aber die konnten die nicht. Warte, die leben noch. Oh, nee. Hahaha. Hahaha. Ja, du bringst sie hin. Hahaha. 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 Du könntest dich selber damit schelten. Die rollt hoffentlich ins Wasser. Na, das ist das Problem. Das ist... Nein. Oh mein Gottness. Aber scheiße. Die war kacke. Okay, ich bin tot. Man sieht sich. Hahaha. 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 Ich hätte sie nicht anders verdient. Er hätte den Plan durchziehen sollen, auf mich zu gehen. Jaaa. Oder wenn du fair bist, schmeiß uns... Hahaha. Hahaha. Der war gut. Hahaha. 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 Ich hätte halt kein... Kein... Jetpack mehr, ne? Na. Hättest du das Seil benutzen können? Ja. Ja, ich hab sie gefunden. Die scheiß Zeit ist zu kurz. Was? 30 Sekunde? So. Hupi. Hört's halt nicht ums Versuchen, ey. schön schade ok reicht ja doch gerade so ja ich hatte zwei Würmer die waren gleich ja wir standen halt schlecht wir können doch mal spielen und selber die Würmer setzen am Anfang